Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Podcast Minenbriefing. Mein Name ist Hannes Zipfel und ich bin Trader des Auses Gold und Silber Minen Wikifolios. Wir beschäftigen uns heute mit der gestrigen US-Notenbank-Sitzung und der daraus resultierenden Entscheidung, sowohl die Zinsen zu senken, das erste Mal seit zehn Jahren, als auch, das war vielleicht entscheidendere Teil, die Bilanzreduzierung vorzeitig zu beenden. Wir wollen uns anschauen, was Gold, Silber und die Minenaktien dann aus dieser Information gemacht haben und was die Zentralbanken im Hintergrund machen in Bezug auf ihre Goldkäufe. Da kamen sehr interessante Statistiken gestern heraus vom World Gold Council. Und ich möchte Ihnen noch die aktuelle Wikifolio-Strategie vorstellen, wie ich im Moment mit diesem recht volatilen Umfeld umgehe. Lassen wir uns beginnen mit der gestrigen Zinsentscheidung der US-Notenbank. Sie hat den Leitzins gesenkt um 0,25 Prozent auf jetzt eine Bandbreite von 2 bis 2,25 Prozent. Und das war die erste Zinssenkung seit Dezember 2008. Und Sie haben gesehen, dass dazwischen eine sehr, sehr lange Pause war, mit dann neun sehr zögerlichen Zinsschritten, die auch nur möglich waren, weil ich hier parallel durch den wegfallenden, also dieser wegfallende geldpolitische Stimulus ersetzt wurde durch einen enormen fiskalpolitischen Stimulus in Höhe von 1,5 Billionen Dollar Steuersenkungen durch die Trump-Administration. Neben dieser Zinssenkung kam es, wie gerade schon erwähnt, auch zu einem vorzeitigen Stopp der Bilanzreduzierung. Sie sehen hier den Aufbau der US-Bilanz seit der Lehman Brothers Finanzkrise. Es wurden nicht nur Staatsanleihen gekauft, sondern auch hypothekenbesicherte Anleihen, sogenannte Mortgage-Back-Securities, aber auch andere Anleihen. Und dann ab Ende 2017 wurde mit der Bilanzreduzierung begonnen und es war geplant, die Bilanz von 4,5 Billionen auf 3 Billionen Dollar zu reduzieren bis zum Jahr 2022. Jetzt hat man Mitte 2019 schon aufgegeben, weil die Rahmendaten doch eher besorgniserregend sind und weil vor allem der Immobilienmarkt in Amerika schon wieder schwächelt und die US-Notenbank der größte Käufer von immobilienbesicherten Wertpapieren war, in denen ja die Hypothekenanleihen, die Hypothekendarlehen gebündelt weiterverkauft wurden. Und das hat den Markt für Hypothekenanleihen schon belastet, dass die Federal Reserve hier nicht mehr als Käufer, sondern als Verkäufer aufgetreten ist. Das gleiche gilt natürlich auch für das US-Finanzministerium, wo ja die Zinsbelastungen durch die Decke schießen aufgrund der Neuverschuldung und der gestiegenen Zinsen. Und wenn die Fed dann auch noch als Käufer von Staatsanleihen ausfällt, dann ist das für die US-Regierung nicht so erfreulich. Also das war sehr interessant, dass hier nicht wie geplant erst im September die Bilanzreduzierung gestoppt wurde, sondern schon jetzt. Und es ist zu erwarten, dass demnächst diese Bilanz auch wieder ausgeweitet wird und Wertpapiere gekauft werden. Die anschließende Pressekonferenz, die um 20.30 Uhr unserer Zeit dann begann, die war doch recht grotesk. Die Aussagen von Jerome Powell waren ähnlich widersprüchlich wie die von seinem Amtskollegen Mario Draghi eine Woche vorher. Die Notenbanken wollen im Moment mit der Wahrheit nicht so richtig rausrücken. Sie wollen eine positive Stimmung verbreiten, aber die Fakten sprechen einfach eine andere Sprache. Und ein Zitat, das die Märkte gestern sehr verunsicherte, war Bezug auf die Zinssenkung. Dies ist nicht der Beginn eines lang anhaltenden Zinssenkungszyklus. Daraufhin ist der Dow Jones um 500 Punkte eingebrochen. Aber auch die Edelmetalle und Minen. Behalten Sie bitte mal das Adjektiv lang anhaltend im Hinterkopf. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Eine Begründung für die jetzige Zinssenkung war, ähnlich wie bei der EZB, dass die FED Angst hat, dass die Inflation und vor allem die Inflationserwartung zu stark absinken und man in eine Art deflationäre Spirale wie in Japan kommt. Ich habe ihn hier mal dargestellt, rot gestrichelt. Die Zielinflationsmarke der Federal Reserve, ähnlich wie bei der EZB, also genauso auch 2%, da möchte man hin. Man liegt im Moment letzte Zahlen aus Juni bei 1,6% bei der Konsumentenpreisteuerung. Und theoretisch können Zentralbanken natürlich beliebig viele Inflationen erzeugen. Um hier mal den Ökonom Professor Thorsten Polley zu zitieren, der sagte, Zentralbanken können in einem ungedenkten Fiat-Money-System in einer logischen Sekunde Hyperinflationen erzeugen per Mausklick oder per Ankündigung über die Medien, dass man unendlich viel Geld über Helikopter an die Bevölkerung verteilen lässt. Aber die Notenbanken müssen eben aufpassen, denn in dem jetzigen Zyklus könnten sie zwar Inflationen erzeugen und sie werden es auch irgendwann tun müssen, um der Überschuldung Herr zu werden, aber sie können diese Überschuldung nicht wie damals Paul Volker in den 80er Jahren wieder durch höhere Zinsen oder eine Reduzierung der Geldmenge einfangen, denn dann kollabiert das überschuldete System. Wir haben ja auch gesehen, dass die amerikanische Notenbank nicht wie geplant ihre Zinsnormalisierung bis 3,5% fortsetzen konnte bis ins Jahr 2021 hinein, sondern dass sie schon bei 2,25% aufhören musste, weil die Belastungen auch für die US-Wirtschaft, aber auch für die Weltwirtschaft schon zu groß waren. Und das ist nur die Hälfte des Zinsanstiegs, das werden wir gleich nochmal sehen, der im vorherigen Zyklus erreicht wurde, da waren es nämlich 5% Leitzins in der Spitze. Hier sehen Sie nochmal das, woran sich die Notenbank orientiert beim Thema Inflation, nämlich auch die sogenannte US Future Inflation Gorge, also die Inflationsmessung bezüglich der Inflationserwartung. Die ist schon seit Anfang 2008 rückläufig und zeigt schon so ein bisschen auch die globalen Abschwungstensen, die ja hauptausschlaggebend sind für die rückläufige Teuerung. Sie sehen hier den Konsumentenpreisindex, auch da geht die Steigerungsrate der Preise zurück auf zuletzt 1,6% statt eben 2% und der sogenannte PCE-Deflator, der in die BIP-Berechnung mit einfließt, der sogenannte Personal Consumption Expenditure, ist jetzt bei 1,4%, also deutlich unter der Zielmarke. Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz gab Jay Powell dann folgendes Zitat von sich, der Zinsschritt erfolgt in der Mitte des Konjunkturaufschwungs zur Absicherung des Wachstums. Ich hatte es ja in meinem letzten Video schon angekündigt, dass ich genau mit dieser Floskel rechne, dass es nur ein Versicherungsschritt wird. Und er hatte das begründet damit, dass ja der Konsum sehr stabil ist und dass auch die Arbeitsmarktsituation noch sehr komfortabel sei. Beides sind nachlaufende Indikatoren. Und wenn wir uns mal anschauen, hier die Konsumenten-Verbraucher-Stimmung, dann sehen wir, dass die tatsächlich auf einem Allzeithoch notiert. Dazu muss man aber sagen, dass das auch eher ein recht nachlaufender Indikator ist. Wir hatten im Jahr 2007 hier auch nochmal einen euphorischen Schub in den USA bei den Konsumenten-Verbraucher-Stimmungen, obwohl seit 2006 die Immobilienpreise schon einbrachen und wir schon im 2007 im ersten Quartal die Pleite von Century Financial gesehen hatten und dann im Sommer die Pleite von Beer Stearns, was schon mal ein Vorgeschmack auf die ein Jahr später kommende Lehman-Krise war. Das Glück von Beer Stearns war nur, dass sie im Zuge einer Notübernahme durch Jake P. Morgan übernommen wurde. Trotzdem hat die US-Notenbank 2007 im Sommer schon eine Notzinssenkung gemacht und im Nachhinein hat man gesagt, oh, festgestellt, das war nicht nur ein Versicherungsschritt, das war das Einleiten eines sehr aggressiven Zinssenkungszyklus und wie gesagt, just in dem Jahr 2007 ist die Verbraucherstimmung um Allzeithoch gestiegen. Der amerikanische Verbraucher bekommt die Realität halt auch sehr gefiltert über seine Medien dargestellt und ist deshalb auch euphorisch. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass sich das nicht ganz deckte mit der finanziellen Situation der Verbraucher. Sie sehen hier, den Chart hatte ich auch schon mal gezeigt, die Explosion der Ausfallraten bei Autokrediten, also 90 Tage Verzögerung bei der Bedienung der Autokredite und das hat im Moment schon ein Volumen von 60 Milliarden Dollar und wer nicht mal mehr seine Autoraten bezahlen kann, hat eigentlich keinen Grund euphorisch zu sein, weder was die Einschätzung seiner eigenen Situation noch der Gesamtwirtschaft oder den Ausblick angeht. ist mal wieder eine sehr bizarre Situation, aber das sind wir vom US-Verbraucher schon gewöhnt. Fakt ist, dass die Konsumaktivität schon rückläufig ist in der Dynamik und dass auch die Ausfallraten, zum Beispiel bei Studentenkrediten und auch bei Kreditkarten ansteigt, das alles sind Zeichen von Stress beim überschuldeten US-Verbraucher. Wenn wir uns die Unternehmensseite anschauen und hier mal das Vertrauen der Unternehmer in ihr eigenes Geschäft, in die Situation, in die Zukunft, sogenannte Business-Confidence-Index, dann sehen wir, dass der eigentlich schon seit Mitte 2018 stark fällt und dass wir uns hier nicht in der Mitte eines Aufschwungszyklus, sondern eher schon mitten in einem Abschwungszyklus bestätigen. Das konterkariert absolut die Aussagen von Jerome Powell und wenn wir uns dann anschauen, die Frühindikatoren für den weiteren zu erwartenden Verlauf der US-Wirtschaft, dann sehen wir anhand der OECD, Composite Leading Indicators, dass hier die Stände von 2016 schon unterboten wurden und wir uns schon auf den Niveaus von 2009 befinden. Das ist ganz klar eine Abschwung-Tendenz in den Vereinigten Staaten von Amerika und nicht nur in der Welt, in der übrigen Welt, wie es ja Jerome Powell immer wieder hervorgehoben hat. Es gäbe in Amerika keine Probleme, die gibt es sehr wohl. Eines der größten Probleme ist die sogenannte Triple-B-Bombe, die sogenannte Leverage Loans. Das sind Kredite an sehr stark Fremdkapital gehebelte Unternehmen, die Anleihen ausstehen haben in einem Volumen von aktuell 3,2 Billionen US-Dollar und deren Anleihen geratet sind knapp über Ramschniveau, also Triple-B von den Rating-Angetonen-Standard Impos, Moody's und Fitch. Und die Befürchtung ist, dass wenn es auch nur einen leichten Anflug von Abschwung in Amerika gibt, diese Unternehmensbonität sich weiter verschlechtert, dann die Abstufung in den Bereich Non-Investment-Grate, die es zur Folge hat und dann große Investmentfonds, sogenannte Risk-Parity-Fonds, die Aktien und Anleihen halten, Pensionsfonds, aber auch Hedgefonds und natürlich die großen Anleihefonds, dass die dann diese Anleihen verkaufen müssen, weil die keine Non-Investment-Grate-Anleihen halten dürfen. Das würde zu einem Domino-Effekt führen, zu massenhaft Unternehmenspleiten und das würde natürlich erst recht eine tiefe Rezession auslösen. Deshalb ist nicht nur die US-Notenbank gezwungen, um dieser sehr anfälligen, überschuldeten Wirtschaftssituation gerecht zu werden, präventiv die Zinsen zu senken, damit es hier gar nicht erst zu weiterem Ausfall von Anleihen kommt. Und wie dramatisch die Lage ist, das sehen Sie hier mal dargestellt an der linken Skala. Der Anteil dieser nur noch eine Stufe über Ramsch gerateten Anleihen hat am gesamten US-Unternehmensanleihenmarkt schon 50% Anteil. Das ist eine echte Triple-B-Bombe. Das sind Stände, die sind sogar schon über denen, die im Zuge des Platzen dieser New Economy-Blase erreicht wurden und im Zuge der 9-11-Anschläge. Wenn wir rechts mal anschauen, da sehen wir auch Rekorde im Bezug auf die Relation ausstehendem Triple-B-Anleihen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine dramatische Situation. Hier mal der Vergleich zu Europa. Da gibt es solche Leverage-Loans auch. Und da sehen Sie, dass hier der Anteil aber nur bei 0,5 Billionen Euro liegt zum Ende des Jahres 2018. In Amerika waren es aber im Ende des Jahres 2018 schon fast 3 Billionen. Wir hatten im letzten Jahr in Amerika, im Jahr 2018, ein Wachstum dieser Triple-B-Anleihen von 20%. Und wir liegen jetzt schon bei 3,2 Billionen. Also das ist ein Wachstumsmarkt in Amerika. Und der führt dazu, dass eben diese vorzeitige Wende in der Geldpolitik erzwungen wurde durch Überschuldung und durch schlechte Bonität. Und die FED selbst hat dieses Problem schon erkannt und auch adressiert und sagt ganz klar, dass diese Anleihen, dieses hochgehebelte Kreditfinanzierung der Unternehmen einen Abschwung beschleunigen könnte. und dass die Unternehmen in Amerika neue Höchststände in Bezug auf diese schlechte Verschuldung schon offenbaren. Und das hat man jetzt im Mai festgestellt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Grund, warum man jetzt agiert hat. Nur leider hat man das in der Pressekonferenz nicht gesagt. In der Pressekonferenz wurde ein rosiges Bild der US-Wirtschaft gezeichnet, das so einfach nicht existiert. Ja, ich hatte dann schon gewartet auf die Reaktion von Donald Trump und diese Reaktion fiel so aus, dass er sich enttäuscht zeigte. Die FED lässt uns im Stich. Warum? Ja, Donald Trump hatte einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten erwartet und eine Aufblähung der Notenbankbilanz, also ein erneutes QE, das jetzt schon startet, mit der Begründung, dass andere Notenbanken wie in Japan und Europa das auch täten und dass sie damit die eigenen Währungen drückten und Amerika im Wettbewerb damit weltweit voraus wären. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Schauen Sie sich mal an hier den US-Dollar-Index. Das ist der US-Dollar im Verhältnis zu einem Korb an Währungen, den Haupthandelswährungen Amerikas, zum Beispiel das Pfund drin oder der Yen und der Euro. Da sehen Sie, dass wir hier schon uns an Höchstständen wieder befinden. Im US-Dollar-Index bedeutet, dass amerikanische Waren auf dem Weltmarkt teuer werden und dass es auch teuer ist, in Amerika zu produzieren und dort Leute zu bezahlen. Denn die Gehälter werden ja in Dollar bezahlt. Und das konterkariert natürlich so ein bisschen die Absicht von Donald Trump, auch mit der Steuersenkung in Amerika, Amerika wieder als Wirtschaftsstandort attraktiv zu machen und dort Arbeitsplätze zu schaffen, was im Moment noch nicht in nennenswertem Umfang passiert ist. Die Unternehmen weichen eher aus, aus China gehen nach Bangladesch oder Vietnam oder nach Mexiko und Brasilien. Aber sie gehen nicht nach Amerika zurück, weil Amerika eben teuer ist, auch wegen des Dollars. Und da ist die Kritik Trumps, so man sie denn auf die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas abzielen lässt, schon berechtigt. Vor allem gegenüber Euro. Sie sehen hier mal dargestellt, 2014, als die EZB ihr QE-Programm startete und die Abwertung des Euros gegenüber Dollar und das setzt sich jetzt wieder fort. Also auch gegenüber Europa hat Amerika hier von der Währungsseite einen Wettbewerbsnachteil. Und das gefällt natürlich Donald Trump überhaupt nicht. Und mit der jüngsten Entscheidung und der Verbalakrobatik von Jerome Paul hat sich dieser Abstieg des Euro gegenüber Dollar noch mal verstärkt. Das gefällt natürlich dem Donald Trump überhaupt nicht. Ja, nachdem die Pressekonferenz sich dann dem Ende zuneigte und die Journalisten sehr kritische Fragen stellten, ließ sich dann Jerome Paul noch zu folgender etwas versöhnlicher Aussage hinreißen. Ich habe nicht gesagt, dass es nur eine Zinssenkung geben wird. Und wenn man das mal kombiniert mit der Aussage, es wird nicht zu einem lang anhaltenden Zinssenkungszyklus kommen, aber es wird weitere Zinssenkungen geben, dann muss man sagen, okay, das schließt nicht aus, dass wir demnächst hier die Nulllinie tangieren. Denn der letzte Zinssenkungszyklus war auch sehr kurz. Die Notenbank in Amerika hat für die Senkung der Zinsen von 5 auf 0 Prozent auf 0,25 Prozent nur sechs Quartale gebraucht. Also es ist nicht auszuschließen, dass wir jetzt, wo wir ja nicht mehr 5 Prozent nach unten gehen müssen, sondern einen kürzeren Weg vor uns haben, dass wir das jetzt vielleicht in drei oder vier Quartalen schaffen. Also lang anhalten muss dieser Zyklus nicht sein, aber es wird nichts daran ändern, dass er Richtung 0 geht. Viele Ökonomen in Amerika erwarten nach wie vor, auch nach der Pressekonferenz von Jay Powell, dass die Zinsen um mindestens 100 Basispunkte gesenkt werden. Das würden vier Zinsschritte bedeuten und das würde für die nächsten Monate und Quartale für die Edelmetallnomie natürlich ein sehr günstiges Umfeld bedeuten. Meiner Meinung nach kommt dann noch viel mehr und viel aggressiver, weil schon bei der nächsten Sitzung der EZB am 12. September diese ihren Leitzins in den negativen Bereich bringen wird, wahrscheinlich minus 0,2 Prozent, den Einlagenzinssatz senken wird von minus 0,4 auf minus 0,6 Prozent und wahrscheinlich dann später unter Lagarde über die jenseits minus 1,1 Prozent im Einlagensatz senken wird. Und das setzt natürlich wieder den Euro unter Druck und damit die amerikanischen Notenbank gegenzusteuern. Also das rollt jetzt wie so eine Welle um den Globus. Wir haben gesehen, dass schon in Russland, in der Türkei, aber auch in Südkorea und auch in Indonesien die Zinsen gesenkt wurden. Auch die japanische Zentralbank hat sich offen gezeigt für weitere Maßnahmen. Und wenn die EZB jetzt da noch mit in dieses Horn stößt und aktiv wird in Sachen laxer Geldpolitik, wird die FED nicht anders können, als mitzuziehen, diesen Währungskrieg mitzukämpfen. Aufgrund der etwas kruden Pressekonferenz der FED und ihres Präsidenten kam es dann zu einer Korrektur am Gesamtmarkt und natürlich auch bei Gold und Silber, obwohl die sich im Moment schon wieder fängt. Wir haben heute wieder sehr schlechte Zahlen von der US, von den US-Einkaufsmanagern im produzierenden Gewerbe gesehen, woraufhin Gold und Silber schon wieder nach oben drehen. Ich bin davon überzeugt, dass sehr schlechte Daten jetzt weiterhin reinkommen. Die Serie an schlechten Daten wird weder in Europa noch in Asien noch in Lateinamerika, wo halt sehr schlechte Zahlen aus Brasilien kamen, noch in den USA abreißen. Und die FED hat ganz klar gesagt, wir werden uns jetzt an den Daten orientieren. Wir geben keinen Ausblick mehr über die nächsten Monate. Nur noch Data Dependent. Und das bedeutet, dass die jetzt weiter reinkommenden sehr schlechten Nachrichten die FED zwingen werden, die Zinsen zu senken. Das ist eigentlich unvermeidbar. Weil auch Amerika sich dem globalen Abschwung nicht entziehen kann. Und ich hatte es beim letzten Video schon erwähnt. Die BIP-Zahlen haben sich schon abgekühlt, sehr deutlich. Aber dieses 2,1% Wachstum im zweiten Quartal in den USA, über das sich die Ökonomen so gefreut haben, das ist ja noch nicht tangiert von den Strafzöllen. Die Strafzölle in Höhe von 25%, auf 50% der chinesischen Importe in die USA ist der erst effektiv geworden am 15. Juni. Da hat es ja eine Verzögerung gegeben. Beschlossen wurden die im Mai, aber in Kraft gesetzt erst 15. Juni, sodass diese Zahlen jetzt erst den Konsum, die Produktion und damit auch das BIP für das dritte Quartal tangieren. Und die Zahlen werden schon aus diesem Grund schlechter werden. Und die FED schon aus diesem Grund die Zinsen weiter senken müssen. Ja, Silber haben Sie gesehen, auch da ein Rücksetzer. Ich gehe noch mal kurz zurück auf Gold. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht zurückgehen bis auf die Ausbruchslinie, so Richtung 1.500, 1.500, Entschuldigung, 1.350, respektive 1.355 Dollar pro und zu Gold und spätestens dann wieder nach oben drehen. Denn wie gesagt, ab September steht sehr aggressive Geldpolitik rund um den Planeten auf der Agenda. Ausgehend am 12. September von der EZB und dann am 18. September ist ja schon die FED wieder dran. Mit vermutlich der nächsten Zinssenkung. Ja, Silber hat hier auch in den Korrekturmodus umgeschaltet, läuft zurück auf die Ausbruchslinien, kann auch sein, dass es hier unten nochmal aufprallt, aber dann sollte es wieder nach oben gehen. Ist im Grunde auch ganz gesund, denn am Terminmarkt haben sich gerade bei Gold einige Überkauft-Signale schon gezeigt. Zu viel spekulatives Exposure auf der Long-Seite, das jetzt abgebaut wird, aber da kann dann wieder Luft geholt werden für den nächsten Schwung nach oben. Und ich denke, die Prognose ist nicht sehr verwegen, dass wir im zweiten Halbjahr jetzt schon beginnend mit dem dritten Quartal Anlauf nehmen werden auf diese Horizontalwiderstände, also Richtung 17 Dollar laufen und dann Ende des Jahres hier Richtung 20 Dollar, aufgrund dessen, was an konjunktureller Entwicklung und infolgedessen an aggressiver Geldpolitik auf uns zukommt. Die Minen haben auch zurückgesetzt. Die Minenportfolios, die meine Partnerin und ich betreuen, das AUSIS und das Silberminen XXL Wikifolio haben recht deutlich reagiert. Das AUSIS in zwei Tagen über 5% im Minus. Heute dann ein brutaler Swing wieder nach oben nach den schlechten US-Konjunkturdaten. Also diese Volatilität wird uns jetzt erhalten bleiben, weil wir kennen das aus Amerika. Da kommen recht widersprüchliche Konjunkturdaten rein. Die einen sind mehr beeinflusst durch statistische Tricks und Kniffe, die anderen sind Umfragewerte, andere sind wieder harte Daten, dann wieder Stimmungsindikatoren. Aber wenn man sich die Gesamtheit anschaut, der Indikatoren, auch dargestellt durch die Indikatoren der OECD, dann sieht man schon, der Trend ist klar nach unten gerichtet, auch wenn der Verbraucher das noch nicht so wahrhaben will und die Notenbank offenbar auch nicht. Die Zentralbanken sind aber sich offenbar der Gesamtgemengelage, vor allem der Überschuldung bewusst und haben im ersten Halbjahr, das sind die jüngsten Daten von gestern vom World Gold Council, in Rekordhöhe zugegriffen. Diese Statistik geht ja bis in die 80er Jahre zurück und das ist der höchste Zukauf in einem ersten Halbjahr überhaupt mit 374,1 Tonnen. Ja, die Zentralbanken sind wahrscheinlich dabei zu überlegen, was können wir im Notfall, wenn die Geldentwertung uns aus dem Ruder läuft, unserem Fiat Money entgegensetzen, um wieder Vertrauen reinzubringen. Was können wir auf der Aktivseite unserer Bilanz Werthaltiges etablieren, damit wir im Notfall das hervorzaubern können, um der Bevölkerung wieder Vertrauen zu geben und um uns selbst als Notenbank eine Existenzberechtigung wieder zurückzugeben nach wahrscheinlich dann zerstörter Reputation. Denn wie gesagt, wenn jetzt Inflation kommt, können die Zentralbanken diese nicht mehr einfangen. Es sei denn, sie wollen eine deflationäre Depression, also Pest oder Cholera. Und deshalb wahrscheinlich auch das zögerliche Vorgehen. Man möchte diesen letzten Zyklus, der jetzt kommt, so weit wie möglich hinaus zögern, aber der Point of No Return, der ist längst überschritten. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass bei einer Befragung des World Gold Council von Zentralbankern sowohl in den entwickelten Volkswirtschaften als auch in Emerging Markets herausgekommen ist, dass die Mehrheit, nämlich 54 Prozent der Zentralbanker, weiter die Goldreserven aufstocken will. Und das stützt so ein bisschen die These, dass die Zentralbanker wissen, was läuft und sich selbst absichern wollen mit Gold. Und ich hatte es im letzten Video gebracht, dann ab 2022 auch mit, Entschuldigung, ab 2021 dann auch mit Silber und Platin, die von der BITS als Reserven, als sogenannte Buckets mit zugelassen sind, auf die Bilanz von Zentralbanken als Risikoabsicherung. Die Anzahl derer bei der Zentralbank, die ihre Goldreserven abbauen wollen, liegt bei null Prozent. Eine völlige Veränderung des Bildes gegenüber von vor zehn Jahren und auch noch während der Finanzkrise, wo ja der EZB-Präsident Draghi die Griechen dazu aufgefordert hat, ihr Gold zu verkaufen. Davon ist überhaupt keine Rede mehr. Es wird nur noch aufgestockt. Zuletzt hat Polen massiv aufgestockt und viele andere auch. Ein Drittel der Zentralbanker weiß noch nicht so recht, wie es weitergeht, beziehungsweise möchte die Goldreserven unverändert lassen und acht Prozent weiß noch nicht so richtig, was sie machen wollen in Bezug auf Gold. Aber dieser Vergleich ist doch eklatant und spricht dafür, dass Gold fundamental von der physischen Nachfrage her sehr gut unterfüttert ist. Das gilt übrigens auch für die private Nachfrage. Auch da sind gestern neue Zahlen gekommen und interessant ist, dass wir im zweiten Quartal diesen Jahres die höchsten Mittelzuflüsse in ETFs hatten seit dem ersten Quartal 2013. Also die Jahre dazwischen 2014, 15, 16, 17, 18 war die Nachfrage schwächer. Jetzt steigt sie an. Hier dargestellt lila die ETF-Zuflüsse auf Gold in den USA, Nordamerika und grün in Europa. Und in Europa ist es sogar so, dass die Zuflüsse in Gold-ETFs das höchste Niveau aller Zeiten erreicht haben mit 1.184 Tonnen. Und das belegt so ein bisschen die These, dass Europa dem amerikanischen Konjunkturzyklus ein paar Quartale voraus ist, weil wir eben nicht diesen massiven Steuerstimulus hatten, der dem Konjunkturzyklus entgegengewirkt hat. Trotzdem haben die Amerikaner auch zugegriffen und es ist davon auszugehen, dass auch in Amerika in den nächsten Quartalen neue ETF-Zuflussrekorde dann zu verzeichnen sein werden. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Potenzial da noch besteht bei den ETF-Zuflüssen und Investitionen in physisches Gold, dann sieht man das hier sehr gut bei der Aufteilung der Nachfrage auf die verschiedenen Bereiche, nämlich Schmuck, hauptsächlich ein Thema in Indien und China, Technologie, Barren, Münzen, ETFs sind nur 3%. Zentralbanken sind mittlerweile schon dreimal größere Nachfrager als die privaten Goldkäufer. Das ist Grotesk. Die Zentralbanken wissen mehr, könnte man sagen, aber ich vertraue darauf, dass die privaten Investoren hier aufwachsen. Ray Dalio hatte ich ja im letzten oder im vorletzten Video zitiert, einem der größten und reichsten Hedgefondsmanager der Welt, der gesagt hat, wir reden hier über einen Paradigmenwechsel und er rät allen Investoren, Gold beizumischen in die Portfolios, in denen weltweit der Anteil an Edelmetallen extrem gering ist und ETFs sind eben das Mittel, über das institutionelle Investoren, aber auch Family Offices, aber auch Pensionsfonds etc. hier in Gold investieren können. Da steht so viel Vermögen, das im Moment falsch allokiert ist, noch an der Seitenlinie und kann in Gold rein. Also wenn hier der Anteil nur auf 10% an der Gesamtnachfrage steigt oder sogar später der Anteil an den Portfolios 10% Gold ausmacht, dann wird es dazu führen, dass diese Nachfrage den Goldmarkt in eine Knappheit stürzt mit massiv explodierenden Preisen, denn wir haben gigantische Vermögen auf der Welt und Gold spielt im Moment wirklich nur eine untergeordnete Rolle. Sie sehen, dass nur bei der Gold-Nachfrage 3% aus den ETFs kommt. In den Vermögensportfolios der Reichen und Superreichen und der institutionellen spielt Gold im Moment überhaupt keine wahrnehmbare Rolle und wenn sich das Richtung zweistellige Performance-Einteile entwickelt, oh, dann ist das richtig gute Unterstützung und dann wird das auch den Terminmarkt an die Wand drücken und dann ist es völlig unerheblich, wie viel Spekulanten Long oder Short sind, weil das Metall ist dann einfach knapp und muss beschafft werden und dann kommt es zu einem massiven Short-Squeeze auch bei den Commercials. In den Wikifolios hatte ich, oh, da fehlt mir jetzt ein Chart, den reiche ich Ihnen dann mal nach, das tut mir sehr leid. Eigentlich waren hier zwei Zeitreihen dargestellt, einmal vom Wikifolio Auses Gold und Silbermin, wo Sie die Entwicklung sehen konnten und einmal vom Wikifolio Silbermin XXL. Ich habe dort vor der Zentralbank Entscheidung der FED die Vollinvestitionsquote reduziert auf 12% Cashquote in meinen Portfolios und habe Limite in den Markt gesetzt. Mittlerweile habe ich einige Aktien schon wieder nachgekauft und die Investitionsquote ist wieder gestiegen. Die Cashquote beim Auses nur noch 9,8% und beim Silbermin XXL nur noch bei 9,2%. Ich wollte einfach diesen zu erwartenden Rücksetzer aufgrund der zu erwartenden viel zu hohen Enttäuschung der Marktteilnehmer nutzen, um einige Werte, die im Zuge der Kursanstiege sehr hoch gewichtet waren. Diese wollte ich rebalancen und andere Werte mal eine größere Gewichtung geben, zum Beispiel bei Read and Fischers Metals etwas Gewinne mitnehmen und bei einer K92 ein bisschen mehr Gewicht aufbauen und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen noch fortsetzen, sodass dann ab September wieder Vollinvestitionsquote vorhanden ist, wenn dann wirklich die Zentralbankparty beginnend mit der EZB losgeht. Aber Sie können sich das gerne bei Wikifolio anschauen, mal die Gewichtung, die Portfolio Gewichtung anschauen, dann sehen Sie, dass dort auch in den Transaktionslisten einiges im Moment passiert. Die Volatilität hat zugenommen, aber es ist auch eine gute Chance, hier Exposure aufzubauen oder auszubauen, denn die Rahmenbedingungen sind wirklich fantastisch. Wenn Sie noch Wünsche haben bezüglich spezieller Informationen oder Themen, können Sie mir die gerne schicken. Einige von Ihnen haben davon schon Gebrauch gemacht und ich werde ihm auch nachkommen. Schicken Sie mir eine Nachricht auf Xing oder per E-Mail an hanneszipfel at icloud.com oder eben hier einige Kommentare auch gern unter dem YouTube-Video. Die von mir versprochene Navigation durch das Internet hin zu den Informationsquellen zum Edelmetallmarkt und zu Minen reiche ich Ihnen noch nach. Ich hatte heute sehr viel zu tun, musste noch einige Artikel schreiben, die dann auch im Internet veröffentlicht werden. Die Links dazu setze ich Ihnen dann auch immer rein in meinem Wikifolios. Aufgrund dessen werde ich Ihnen dieses Video noch nachreichen. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes baldiges Wochenende, ein glückliches Händchen bei Ihren Investitionen. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen und